Kennt ihr das, wenn ein großes Problem ganz klein anfängt? Du bist so eine Kanalie! Ich selber Kanalie! Wenn der Franz nicht mit dir befreundet wäre, dann würde ich mich mit dir gar nicht abgeben. Du willst die beiden jetzt aber nicht wirklich die ganzen Ferien auseinander halten. Schau, heute ist die Gabi bei ihrem Papa. Da kann ich dann mit dem Eberhard schwimmen gehen. Hey Franz! Gabi, was warst du denn hier? Ich muss nur kurz aufs Klo machen. Nur wir zwei. Ich muss kurz aufs Klo. Hast du die Blasenentzündung? Du bist ein echter Freund. Logo. Oh, was ist das denn? Komm! Hol auf, was soll? Und dann hat der Franz eine Idee, aber keine gute. Es geht um die Frau Berger. Ich habe sie beobachtet, wie sie nach einem Einbruch nach Hause gekommen ist. Finger weg! Ich hab doch schon immer gewusst, dass mit der was nicht stimmt. Das ist noch lange kein Beweis. Das muss man eben sammeln. Für so eine Aufgabe braucht es ein Team. Kommts! Wir haben großes vor. Der Zickzack. Was wird das bitte? Kaufhausdetektiv. Dann sind wir ja Kollegen. Sie kommen gerade rechts. Wollt sie mitpflanzen? Und jetzt werden wir die Frau Berger überführen. Und zwar mit einem Einbruch. Wie soll das funktionieren? Du hast doch nicht etwa Schiss, oder? Hör auf, das können wir nicht machen! Eine echte Freundschaft, das ist ehrlich sein immer die beste Lösung. Ich sag's euch, das werden die besten Server-Fällen überhaupt. Boah ey, das war so kitschig! Was? Das Herz ist mir aufgegangen! In Bögen! Und das ist mesen. Da muss ich darauf